Was ist das denn hier? Oh, ich kann... ... nach unten. Ich kann ja nach unten fahren. Ist ja verrückt. Ach, jetzt bin ich hier. Das ist ja witzig. Hm? Schichtwechsel ist doch erst später, also gucke ich noch was aus. Äh, ja. Okay. Ähm, müssen wir wohl wieder nach oben. Ich rufe auf das Bild, sobald das in Bewegung ist. Na gut. Ah, alle sind schon weg. Hallo, ja. Geh mal deinen Dienst. Komm rein, komm rein. Hallöchen? Hallo. Ich war schon am Verzweifeln, weil das Geschäft so schlecht läuft. Erlaubt Zauber, die die Gegner behindern. Wiederbeleben. Aber Wiederbeleben ist ja nicht schlecht. Das kaufen wir. Hallo. Achso, ja. Danke. Da ist auch nichts zu rücken hier. Der fühlt sich direkt angesprochen, der Kollege. Schnell weg hier. Ach, nirgut. Was haben wir hier? Hey, du, ist uns der Waffe? Das ist ganz schön teuer hier. Ich kann dir nichts von kaufen. Hm, brauchst du ein besser Wisser in Ordnung heran mit dir? Was ist denn hier los? Hallöchen, was ist denn hier los? Hey, schlau mal. Erklär uns doch noch was über Limit-Techniken. Ich hab' die Legende gehört, dass unter den Limit-Techniken ultimative Techniken existieren sollen. Aber auf normalem Weg kann man die wohl nicht bekommen. Mehr weiß ich gerade auch nicht darüber. Okay, anscheinend. Die Feind-Technik erhalten. Noch mehr Tutorial, oder wat? Kombinieren von Materie, Teilung von Materie. Dann werde ich gleich die Sache kommen. Manche Art von Materie, wie Zauber-Materie, entwickeln sich weiter, wenn man sie benutzt. Andere Arten wie die Ruf-Materie kann man öfter in am Kopf benutzen, wenn sie sich weiterentwickeln. Teilen? Was macht denn Teilen? Teilung von Materie? Das ist meine Spezialität. Manche sagen, ich hätte eine geteilte Persönlichkeit. Mir kommt zwar nicht so vor, aber vielleicht haben sie recht. Wie auch immer, wenn eine Materie den maximalen Level erreicht, teilt sie sich... Die Original-Materie entwickelt sich dann nicht mehr weiter. Und du kannst sie nur noch so verwenden, wie sie ist. Die neugeborene Materie beginnt wieder bei... AP-Node. Du musst sie... äh... ...zu entwickeln lassen. Wenn sie auch den maximalen Level erreicht hat, teilt sie sich natürlich... ...wieder und so weiter. So kannst du immer mehr Materie erhalten. Oder bist du geteilter Meinung? Hehe. Aber fängt die Mitte bei Null an? Unabhängige... ...Unterstützungs-Materie... ...Achso, okay. Wie viel ist? Ah, fünf Stück, okay. ...Achso, was hat mir gerade... ...Achso, was hat mir gerade... ...Achso, was hat mir gerade... ...Wir ist ein Club hier. Lass uns überholen, äh, wiederholen. Ah, nein, nein. Ich will hier kein Tutorial. Das sind nicht tausend Textboxen hier. Durchlesen, gar keinen Bock. Wie gemein, keiner hat mich geweckt. ...Miauts. Oh, ja. Spielzeugsoldat erhalten. Geist Busse halten. Miauts. Glück Busse halten. Mietz, Mietz, Mietz. Wenn ich es auch meckern Ist ja nur Hallo Rudi Kraft plus Ich gehe nicht zur Parade Ein Kumpfführer bei der Solche zu werden Muss man hart wüffeln Okay, okay Dann lerne mal, du Streber So, jetzt haben wir alles geplündert Jetzt gehen wir weiter Was ist das hier? Was ist los? Der Aufzug ist zurzeit Wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb Übrigens, hier unter uns sind die U-Boot-Docs Unter Unter Seerejagd Da wusstest du das Okay, das ist da also der Aufzug Da, wo der arbeitet Was haben wir hier noch? Alles klar bei dir Falls du den Hafen von Jonas suchst Der ist da drüben lang Das ist ja Du könntest ja hier überall rein Das ist ja schlimm Auch immer Das sind ja die beiden von den Turks Jetzt können wir die Arbeit langweilig Und meine Vorgesetzten gleich an Blau machen Stör uns nicht Der Präsident ist absolut sicher bewacht Denn wir sind da eh Ja, da eh Hä? 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 Ich kann mich nochmal speichern Bevor sie einen Grund haben, warum wir ihn nochmal speichern können Wo Bank Wow, ich kann mich nochmal speichern können hallo komm doch rein danke schön guten tag servus hey mein lächeln gehört zu unserem service tja nun gibt es viele geschäfte wenn wir uns da nicht irgendwie abhängen können wir nicht konkurrieren was macht mir sorgen dass die mädchen mehr verdienen als der laden einen gewinn abwirft ich mir gedanken machen aber hier gibt es noch mehr materia vielen dank ja gerne 1000 geschäfte hier aber diesen laden hier öffnet aber ehrlich gesagt wäre ich lieber in dem laden dass er die materia verkauft oder verhindert blind verhindert schlaf alles klar so viele geschiffte hier na du hey du bist doch mitten im dienst aber ich will mich ja nicht in den fremden angelegen was mit dir du chillst ja auch nur rum ich habe bloß hier so ein drückgeberger wie ich bin ich schon tempo plus erhalten was sind wir wenn wir an reinwirken hier aber chillt hier die ganze zeit selbst rum noch mal noch ein soldat shinra abteilung so einer unverschämtheit man hat mir gesagt dass die für diesen dienstreisern fünf ständer untergebruchten spielzeugsoldaten erhalten kann man die irgendwie traden oder so eintauschen gegen irgendeinen das sind auf jeden fall normale items also keine wichtigen doch gar zwölf stückpackung sturmgrenadier kein plan sagt er was kennst du eigentlich ey hast du das spielt überhaupt schon mal gespielt kennst du gar nix gar nix kennst du ok ich kenn das auch nicht nur steroide kennt er das ist die einzige mittel die er damals früher früher im krieg damals im vietendamm hat er das gespielt alles sachen die ich schon habe uninteressant der einzige laden der gute sachen hatte war der shinra laden aber keine kohle flüge ab ja schau dir doch mal an ey den kloot den john kloot die neutung es ist soweit still gestanden wirst du dein ruflos ist eingetroffen jetzt wird es ernst verabschiedung mit militärischen ehren und zwar mit pep mit meine herren die echte sardaten von jordan links rum ja kein problem guck mal wie das geht da es war jetzt ein Oh, fuck, dann hab ich mich schon wieder vertan. Links und rechts, ich sag's euch. Spezialpose. Ja, passt, reicht. Jean-Claude, ja eben. Hervorragend, ich möchte, dass ihr weiterhin euer Bestes für Shinra gebt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir Fehler gemacht haben, wir waren so gut. Aha, hier ist ein extra Bonus für euch. Ein Zeichen des Wohlwollens von Poseidon Rufus, denkt immer daran. Forceeater erhalten. Das hört sich doch mal stark an. Wenn es bekannt wird, dass Zephyroth hier ist, werden sicher Claude und seine Gefährten auftauchen. Die werde ich zermahlen, wenn ich sie ertappe. Lassen Sie ja nichts tun, dass Sie mir in die Quere kommen. Überlassen Sie das ruhig mir. Ja, zu spät, du Idiot. Es wird gerade ihr schön das Item gegeben. Ich hätte Ihnen doch gesagt, dass Sie damit aufhören sollen. Nicht mal lachen. Nein. Nein. Ich werde auch noch wegtreten. Das war aber knapp. Heidegger ist ja muffelig drauf. Ich habe gehört, Hoyo hat in der Zentrale ein Rücktrittschreiben hinterlassen und ist seitdem verschwunden. Heidegger, haben sie dann wohl auch noch die Suche nach ihm aufgeheizt? Digger, jetzt schön bei der Armee schuften. Immer die Latrine putzen. Hey, ich hatte doch wegtreten befohlen. Wir lang zur Nachbesprechung. Zack, zack. Hey, beeil dich, du bist der Letzte. Ach, Red. Wie kommst du denn hierher? Der hat uns den Finger hergebracht. Priscilla hatte diese Idee, nachdem du das Wasser zurückgekriegt bist, sei er nicht böse. Wir uns alle in das Schiff da reinschmuggeln. Wir überquellen das Meer auf dem Weg zum neuen Kontinent. Verkleidet in der Shinra-Uniform. Nicht schlecht. Geil. Verkleidet in der woods mais an. Verkleidet in der Mitte.